Den Hartmetall-Schleifwerkzeugen von Carbide ergeben sich beim Schleifen und für die Oberflächenbehandlung komplett neue Möglichkeiten. Die Handwerkzeuge sind in enger Zusammenarbeit mit professionellen Handwerkern entwickelt worden. Alle Größen und Produktdimensionen im Sortiment sind auf die speziellen Bedürfnisse und Aufgaben der Handwerker abgestimmt. So konnten wir am sichersten sein, dass die Anwendung, Funktionalität und Ergonomie der Werkzeuge optimal sind. Die kleinen Hartmetallkörner werden auf ein Stahlprofil gelötet. Es sind eben diese kleinen Metallkörner, die das Schleifmedium ausmachen. Die Schleifkraft ist im Vergleich zu Sandpapier extrem hoch. In diesem Test wird eine 10 cm dicke Multiplatte 8 Minuten lang bearbeitet. Das Sandpapier ist danach nicht mehr zu gebrauchen, während das Carbide-Werkzeug keine sichtbaren Gebrauchsspuren aufweist. Das Material kann leicht mit einer Stahlbürste oder Lösungsmitteln gereinigt werden und bis zu 150 Mal länger benutzt werden als Sandpapier. Während des Entwicklungsprozesses mussten neue Wege eingeschlagen werden. Dies hat einige patentierbare Lösungen hervorgebracht, die alle zum Patent angemeldet sind. Carbide AS wurde 1999 als dänisches Unternehmen mit Firmensitz in Störring in Dänemark gegründet. Seit 2004 werden alle Waren in China in unserer eigenen Fabrik mit dänischer Leitung produziert. In Dänemark verfügen wir über ein grösseres Zentrallager, um alle unsere Kunden in ganz Europa innerhalb einer Woche beliefern zu können. Unser Produktprogramm umfasst Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, Bodenwerkzeuge, Spezialprodukte und Private Label. Im Handwerkzeugsortiment finden Sie den kleinen und handlichen Handschleifklotz, der perfekt in den Werkzeugkasten passt. Der Handschleifklotz ist zeitsparend und haltbar und schleift unzählige Materialien. Die Schleifsohle kann leicht gewechselt werden und natürlich gibt es verschiedene Körnungen für vielfältige Aufgaben. Unser kleinstes Schleifbrett ist ein handliches und professionelles Schleifwerkzeug, das leicht zu handhaben und effektiv im Einsatz ist. Die Schleifsohlen können leicht und schnell durch ein einfaches Anheben des Auslösers getauscht werden. Die professionellen Schleifbretter bieten unzählige Einsatzmöglichkeiten. Mit einer großen Schleiffläche und zwei soliden Handgriffen ist das große Schleifbrett perfekt zum Bearbeiten größerer Flächen, zum Beispiel von Mauerwerk oder Multiplatten geeignet. Dem großen und dem kleinen Schleifbrett gemeinsam sind der geringe Verschleiß und die vielen Einsatzmöglichkeiten. Das Schleifbrett mit dem Knick ist eines der vielseitigsten Produkte von Carbide. Die um 90 Grad gebogene Schleiffläche bietet die Möglichkeit, bis in die Ecken und Kanten hinein zu schleifen. Das integrierte und zum Patent angemeldete C-Profil in allen unseren Handgriffen ermöglicht ein leichtes Montieren eines Drehgliedes für das Schleifen im Stehen. Das Produkt eignet sich zum Beispiel zum Abschleifen von Bodenkanten an Fußpanelen und Wänden. Die Handfeile schleift ebenso wie unsere anderen Werkzeuge effektiv alle Materialien. Sie wird im großen Umfang von Steinmetzen und Künstlern bei der Formgebung eingesetzt und hält wesentlich länger als alle normalen Pfeilen. Werden Carbide-Werkzeuge an Elektrowerkzeuge montiert, werden die Vorteile sehr deutlich sichtbar. Die Haltbarkeit ist wesentlich länger als die herkömmlicher Sandpapierprodukte. Außerdem haben die Carbide-Produkte eine solide Metalloberfläche, sodass es keine Probleme mit eventuellen Schleiflöchern oder mit dem Festsetzen von anderen Materialien gibt, wie man es vom Sandpapier kennt. Carbides Schleifwerkzeuge können leicht an verschiedene Elektrowerkzeuge montiert werden und funktionieren dabei genauso, wie man es von Sandpapierprodukten kennt. Sehen Sie, wie leicht die Schleifscheiben selbst die hartnäckigsten Oberflächen schleifen. Alles vom ausgehärteten Fliesenkleber über Zementputz und Farbe bis hin zu Raufasertapete. Sogar die hartnäckigste Strukturfarbe kann ohne Probleme entfernt werden. Die aggressiven Schleifkarner machen die Hobbyarbeit zum Vergnügen. Carbide folgt selbstverständlich denselben Normen wie Sandpapier. Schleifen war bislang keine beliebte Arbeit, aber mit Carbide wird diese notwendige und wichtige Aufgabe zum Vergnügen. Eines der Gebiete, in denen professionelle Handwerker sehr auf Carbide-Produkte setzen, ist das Bodenschleifen. Die ungewöhnlich starken Hartmetallkörner sind für diese Arbeit wie geschaffen, die mit großen Schleifmaschinen ausgeführt wird. Die Schleifscheiben gehören zu unseren größten Spezialprodukten und sind in 40 verschiedenen Ausführungen erhältlich. Carbide produziert auch eine Reihe von Spezialwerkzeugen für die vielen Spezialmaschinen der Handwerker. In den sechs Jahren, die wir nun professionelle Handwerker mit Schleifscheiben beliefert haben, sind unsere Werkzeuge zu den am häufigsten benutzten Schleifwerkzeugen in der Baubranche geworden. Sehen Sie hier, warum das so ist. Die lange Einsatzdauer und die Effektivität der Werkzeuge garantieren ein fantastisches Ergebnis innerhalb kürzester Zeit. Wir sind fest davon überzeugt, dass Carbide das Schleifwerkzeug der Zukunft ist. Wenn auch Sie darauf hätten wollen, dann sagen wir herzlich willkommen auf der Gewinnerseite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017